Das ist Sinans Woche, total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Einen schönen guten Tag meine Damen und Herren, das ist Sinans Woche, die Show. Das heutige Intro kam von Xyphia, eine Fairy Tales Symphonic Metal Band aus Erlangen. Vielen Dank dafür, 10 Euro. Die Themen der heutigen Sendung. Gunnar Kaiser teilt Quatsch. Schiffmann flüchtet, Wendler spinnt, Niki übt Journalismus, Saib resigniert und Attila wechselt die Seite. Darüber hinaus hören sie einen Kommentar zu, alles dicht machen, erleben das Schönste aus Kunst und Kultur und können schmunzeln über das Meme der Woche. Viel Spaß. Sinans Woche, die Nachrichten. Was geht ab in Querdenkenhausen? Ich habe mich mal wieder durch Telegram gewühlt und naja, fassungslos bin ich mittlerweile nicht mehr. Man gewöhnt sich irgendwann an alles. Aber unterhaltsam ist es dennoch. Mein lieber Selbstdarstellungskollege Gunnar Kaiser, der überhaupt nicht versteht, wie man ihn in der rechtsextremen Ecke sehen kann, teilt auf seinem Telegram-Kanal einen Artikel von Wochenblick.at. Moment, ich mache es mal wie Herr Kaiser. Sehe ich das richtig, dass Gunnar Kaiser Fake News eines rechtsextremen Online-Magazins teilt, um Applaus seiner rechtsextremen Follower zu bekommen? Hm, sehe ich das richtig? Ich stelle hier nur Fragen. Wie unseriös und fake Wochenblick.at ist, könnt ihr in einer älteren Ausgabe Sinans Woche die Show sehen. Verlinkung in der Videobeschreibung. Aber worum geht es denn in dem Artikel, den Gunnar Kaiser hierfür so teilenswert ansieht? Seine Reisen belegen. Es gibt sie, die Länder ohne Hygienediktatur. Ach nein, der Tansania-Typ mal wieder. Das Thema hatte ich doch auch schon im selben Video. Wir erinnern uns, Tansania hat kaum Maßnahmen, ist aber aufgrund seiner Demografie vermutlich eines der letzten Länder der Erde, welches man mit Deutschland vergleichen könnte. Aber hey, warum fährt Deutschland nicht die Tansania-Strategie? Im Übrigen ist der Staatschef Tansanias erst vor kurzem gestorben. Vermutlich an einer mysteriösen Lungenkrankheit. Querdenker spekulieren vermutlich immer noch, wie das wohl passieren konnte. Ach ja, Schwindelarzt Schiffmann hält sich im Übrigen auch in Tansania auf. Sind das eigentlich jetzt Pandemie-Flüchtlinge? Jedenfalls danke, Gona, für diesen Elfmeter. Habe ich gerne verwandelt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass Gona Kaiser rechtsextrem ist. Warum er seine Quellen nicht checkt und rechte Propaganda teilt, du, ich habe keine Ahnung. Ich mache hier nur eine Show. Lange haben wir nichts mehr von Michael Wendler gehört. Er plappert munter weiter nach, was ihm seine Bubble vorsagt. Versteht dabei meistens aber nur so die Hälfte. Er ist mehr so die Kreisliga unter den Schwurblern. In einer Sprachmemo hat Dr. Prof. Wendler uns erklärt, warum in Indien gerade ein paar Menschen mehr als üblich sterben. Hallo nochmal, ihr Lieben. Ich habe ja gestern schon davon berichtet, dass in Indien gerade massenhaft Menschen sterben. In Deutschland wird gerne wieder das Narrativ in den Menschenmedien verbreitet, dass die Pandemie und Covid daran schuld ist. Das stimmt aber nicht. Die Menschen sterben tatsächlich nach der Covid-Impfung. Man versucht hier wieder mal, das gleiche Bild aufzubauen wie in Bergamo, Italien oder New York Anfang letzten Jahres und die Leute in Panik und Angst zu versetzen, sich denn endlich nun impfen zu lassen. Also fall bitte nicht darauf rein. Ach so, Mensch, das ist ja interessant. Nur 1,6% der Bevölkerung in Indien sind bisher vollständig geimpft und genau diese Menschen sterben gerade an der Impfung. Und das fällt den Indern gar nicht auf? Herr Wendler, sind Sie sich sicher, dass das so richtig ist? Vielleicht mal die Aussage nochmal überdenken? Nein? Lieber nicht denken? Egal. Was twittert Niki denn so Schlaues? Annalena Baerbock hat sich die letzten Jahre genau für drei Dinge eingesetzt. Höhere Steuern, höhere Preise, mehr Verbote. Wer will bitte so eine Frau als Kanzlerin? Okay, wie erkläre ich es ihm am besten? Ich? Ich will so eine Frau als Kanzlerin. Spaß beiseite. Wenn die Rechten nur noch mit dem Schreckgespenst Verbotspartei und Steuererhöhung vor Annalena Baerbock warnen können, dann kann man eigentlich ganz entspannt sein. Eine differenzierte Kritik vom selbsternannten Journalisten Niki ist das schließlich nicht. Also Niki, kleine Hausaufgabe. Bis zur nächsten Folge mal ganz differenziert kritisieren, was mit einer Kanzlerin Baerbock dann ganz konkret verboten werden könnte. Und vielleicht auch einfach mal versuchen, mehrere Positionen einzunehmen. Ich weiß, es ist mega schwer, wenn man so weit rechts steht. Aber einfach auch mal die Frage stellen, was könnte zum Beispiel durch ein Verbot von Massentierhaltung auch Positives entstehen? Klar, dein Billigschnitzel wird es dann nicht mehr geben, aber hat das vielleicht auch ein paar positive Auswirkungen? Nicht immer nur schwarz oder weiß denken. Mal abwägen, Pro- und Kontralisten erstellen. Echte Journalisten machen sowas. Ich glaub an dich. Dann hab ich noch bei der lieben Naomi Seibt vorbeigeschaut. Aber irgendwie war da nicht mehr so viel. Ein paar Quatschnachrichten weitergeleitet, halbherzig irgendwas von Grundrechten geschrieben. Ich könnte mir bei ihr tatsächlich vorstellen, dass sie irgendwann den Schritt zurück schafft. Ich muss sagen, nachdem ich den Podcast mit ihr gehört habe, tut sie mir irgendwie auch ein bisschen leid. Naja, drücken wir ihr mal die Daumen, dass sie es irgendwie noch aus diesem braunen Sumpf rausschafft und auch wieder mehr Freude im Leben verspüren kann. Apropos Lebensfreude. Was macht eigentlich Attila Hildmann Schönes? Er teilt auf Telegram einen Clip aus Neuseeland. Dort fand ein Konzert statt für, haltet euch fest, 50.000 Menschen. Ganz ohne Maßnahmen. Hä? Wie darf ich das jetzt verstehen? Findet Attila Hildmann also den Neuseeland-Weg durch die Pandemie gut? Hat er mitbekommen, dass die Neuseeländer Zero-Covid fahren? Sprich, die härtesten, allerhärtesten Lockdown-Maßnahmen ergriffen haben, um das Virus direkt im Keim zu ersticken. Einen Weg, auf den wir in Europa irgendwie nicht so Bock haben. Wir schlagen uns lieber mit ständigen Corona-Glutnestern und einer Inzidenz rum, die unser Gesundheitssystem immer schön so zwischen 95 und 120 Prozent Auslastung fährt. Aber hey, freut mich, dass Attila jetzt auch Zero-Covid für vernünftig hält. Wer hätte das gedacht? Kleiner Funfact. Attila hält sich ja aktuell in der Türkei auf. Ein Land, in dem jetzt ein massiver Lockdown beschlossen wurde. Und zwar so ein richtiger Lockdown. Wie ihm das wohl schmeckt? Eine Idee hätte ich da für ihn. Ein gesunder Fußmarsch nach Tansania. Ich hab mal rausgesucht. 7.500 Kilometer mit ein paar Falafel für unterwegs sollte das knapp in einem Jahr zu schaffen sein. Schiffmann heißt dich sicherlich herzlich willkommen. Sinanswoche. Real Talk. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist bedroht. Nichts darf man mehr sagen. Da hauen 52 deutsche Schauspieler unter dem Hashtag Allesdichtmachen-Videos raus und schon werden sie von den linksgrün versüfften Mainstream-Medien fertig gemacht. Das ist DDR 2.0. Ich fühle mich wie im Dritten Reich. Nächster Halt Buchenwald. So sieht's doch aus, oder? Nö, eigentlich nicht. Das ist so ein Phänomen, das mir fast jede Woche bei allen Querköpfen begegnet. Und zwar die Verwechslung von Meinungsfreiheit mit dem Recht auf gemocht werden. Denn Letzteres gibt es nicht. Es ist im Grunde doch ganz einfach. Ich darf in Deutschland meine Meinung frei äußern. Und das Schöne ist, meine Mitmenschen, die Gesellschaft, darf mich für diese Meinung auch ziemlich doof finden. Und damit scheinen viele irgendwie ein Problem zu haben. Aber schauen wir uns mal den konkreten Fall an. Warum ernten die Schauspieler von Allesdichtmachen solche Kritik? Was sagt denn Jan-Josef Liefers zum Beispiel? Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört. Nämlich ganz, ganz oben. Und dafür sorgen, dass kein unnötiger, kritischer Disput uns ablenken kann von der Zustimmung zu den sinnvollen und immer angemessenen Maßnahmen unserer Regierung. In seiner ironisch überspitzten Art behauptet Herr Liefers im Grunde, es gäbe keinen kritischen Journalismus mehr. Einfach alle Medien würden unisono die Warnstufe permanent oben halten und gleichzeitig ausnahmslos alle Maßnahmen der Regierung gutheißen. Auch wenn es ironisch vorgetragen ist, ist das quasi eins zu eins das Narrativ, das wir von der Querdenker-Bewegung kennen. Und an dieser Stelle würde ich Herrn Liefers gerne mal fragen, welche Medien er eigentlich konsumiert. Hat er sich schon bis auf Telegram vorgearbeitet oder holt er seine Informationen noch auf bild.de, bei Welt oder NTV? Eigentlich dachte ich ja, ein erwachsener, scheinbar nicht völlig verblödeter Mensch wie Herr Liefers würde sich vielleicht die Mühe machen, auch mal differenzierte Medien anzuschauen. Hätte er zum Beispiel mal den Podcast Coronavirus Update vom NDR mit Professor Drosten gehört, anstatt nur die verkürzten Überschriften auf bild.de zu lesen? Oder hätte er mal komplette Artikel auf Deutschlandfunk gelesen? Oder vielleicht den sehr guten Podcast Die Lage der Nation mit Ulf Burmeier und Philipp Banse gehört? Tja, hätte er all das mal gemacht, dann wäre ihm vielleicht nicht entgangen, dass seit Beginn der Pandemie diskutiert wird, Maßnahmen kritisch hinterfragt werden, der Regierung und ihrem Rumgeeiere überhaupt kein gutes Zeugnis ausgestellt wird, es keine irrationale Panikmache seitens seriöser Medien gab. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Lage der Nation. Und angeblich fehlenden Diskurs, völlig absurd, als wenn man nicht Corona-Maßnahmen kritisieren dürfte, könnte, müsste. Die ganzen Medien, alles ist voll. Debatte links und rechts, rauf und runter. Also wenn uns irgendwas nicht fehlt, dann ist es eine Debatte über diese Corona-Maßnahmen. Und genau so sieht es aus, liebe Alles-dicht-machen-Schauspieler. Die Medienlandschaft ist voll mit Debatte. Man muss sich natürlich schon die Mühe machen, seriöse Medien zu konsumieren. Aber wie willst du das jemandem erklären, der glaubt, die Bild würde Nachrichten verbreiten? Wie ernst kann ich einen Schauspieler eigentlich nehmen, der der Bild schon im August letzten Jahres seine unterschwellige Liebe zur Querdenker-Bewegung gestanden hat? Aber nochmal, wer sich über schlechten Journalismus beschwert und mit der Bild kooperiert, es tut mir leid, ich kann es nicht ernst nehmen. Mittlerweile gab Liefers auch ein Interview der Zeit. Und genau wie ich war die Zeit sehr verwirrt über die pauschale Medienkritik. Sie fragte ihn, worauf beruht dann ihre pauschale Aussage über alle Medien unseres Landes, wodurch Kritik an allen Ecken und Enden zu lesen war. Liefers antwortet, zu Beginn der Pandemie war ich genauso geschockt wie alle anderen. Ich habe Podcasts gehört, Newsfeeds abonniert, ich habe alle möglichen Zeitungen gelesen, habe Fernsehen geschaut. Ich wurde immer Mischuggener. Kurz vor Weihnachten habe ich die Reißleine gezogen und alles abbestellt. Einfach nichts mehr angeguckt und gelesen. Und schon ging es mir besser. Wir sind mitten in einer Pandemie. Aber fast krank geworden bin ich nicht von diesem türkischen Virus, sondern vom medialen Dauerfeuer. Und um Herrn Liefers hier mal etwas entgegenzukommen. Ich kann ihn verstehen. Ein Jahr lang jeden Tag mit Corona aufzuwachen und abends einzuschlafen, das kommt einer Gehirnwäsche gleich. Und je nach geistiger Verfassung kann einen das fertig machen. Und jetzt kommt's. Seine Lösung, um Weihnachten herum mal alle Kanäle dicht zu machen, einfach nichts mehr zu lesen und zu hören, war fast richtig. Aber nur fast. Der Trick ist, zu erkennen, was hilfreiche Informationen sind, um die Lage nüchtern und ohne Panik einschätzen zu können. Und was einfach nur Sensationsmeldungen sind, die darauf abzielen, möglichst viel Reichweite zu gewinnen. Denn wenn es darum geht, mit Angst und Panik Geld zu machen, gibt es eigentlich keinen großen Unterschied zwischen manchen Mainstream-Medien und vielen Telegram-Schwurblern. Ob ich jetzt mit Corona-Toten oder Impf-Toten verrückt gemacht werden soll, macht ja keinen Unterschied. Je aufwühlender, emotionaler, krasser eine Meldung verfasst ist, desto skeptischer sollte man sein. Wisst ihr, was ich sehe, wenn ich mir diese alles-dicht-machen-Clips der Schauspieler anschaue? Ein riesiges Bildungsproblem. Und zwar mangelnde Medienkompetenz. Und das von Menschen, die in den Medien arbeiten. Ja, mich haben diese Clips aufgeregt und ich habe Herrn Liefers mehr zugetraut. Aber letztlich bringt es auch gar nichts, ihn jetzt dafür runterzumachen. Diese gesamte Videoaktion sollte uns eher eine Warnung sein. Sie zeigt einfach, wie anfällig Menschen für unseriöse Berichterstattung sind. Egal aus welcher Ecke sie kommt. Und wenn zu viel gezerrt wird, dann kippen Menschen irgendwann um. Also mein dringender Appell, ich kann es nicht oft genug wiederholen, wenn ihr merkt, bestimmte Nachrichten wühlen euch einfach nur auf, dann abschalten. Starke Emotionen sind einfach kein guter Ratgeber in einer verzwickten Lage wie einer Pandemie. Was sage ich? Eigentlich lässt sich überhaupt kein komplexes Problem mit starken Emotionen lösen. Ich weiß, klingt jetzt wieder irgendwie unsexy, aber um aus schwierigen Situationen herauszukommen, braucht ihr vor allem Köpfchen. Und warum war diese Videoaktion so schlimm? Weil sie im Grunde eine Lüge verbreitet. Es gibt diese nüchternen, rationalen Medien. Es gibt den Diskurs. Es gibt die Debatte. Und anstatt das Märchen der gleichgeschalteten Medien aufrechtzuerhalten, hätten diese Schauspieler mal lieber auf genau diese hilfreichen Quellen hingewiesen. Diese Aktion hat quasi nichts verbessert und nur weiter Öl ins Feuer gekippt. Danke für gar nichts. Sinanswoche. Kunst und Kultur. Willkommen bei Kunst und Kultur. Auch in dieser Woche für euch die schönsten Fotos mit dem Hashtag Sinanswoche auf Instagram. Und hören Sie dazu ein Gedicht von Raphael T. Ohnmacht Oh Corona, mein Traum von Ohnmacht und Wut. Wie gern hätte ich dich nur noch einmal auf die Wange geküsst. Doch Fakten zu faken, das tut mir so gut. Deshalb bist du nicht tot und die Pandemie eine Lüge. Maulkörbe, Hygienewahnsinn, Lügenpresse. Da kocht mein Blut. Ohnmacht und Angst haben zu lange entrückt. Verschwörung, Grundrechtsenteignung. Vergessen sind Ohnmacht, Trauer und Angst. Großartig. Jetzt bin ich ein Held. So tief im Sumpf, Teil der Brut. Ein Held zu sein, hat mich bis jetzt doch beglückt. Warum? Weshalb? Fremde Ohnmacht, nun nicht mehr fremd, sondern mein Eigenwerk. Was ist nur passiert? Ich habe mich verloren vor Panik und Angst. All diese falschen Informationen zogen mich in ihren Bann. Aus Ohnmacht wurde Angst. Aus meiner Angst wurde Wut. Aus Wut wurde Hass. Am Ende habe ich selbst bei Lügen und Hetze nicht mehr Halt gemacht. Sinanswoche, Börse und Finanzen. Wer bezahlt dich? Wer finanziert Sinanswoche, du elender Systemling? Sag es uns. Okay, ich sag es euch. Wir schauen auf die Supportzahlungen für diese Woche. Es kamen schon wieder 448 Euro dazu. Und damit liegen die Gesamteinnahmen durch die Community von Sinanswoche nach vier Monaten bei unfassbaren 8.982 Euro vor Steuern. Puh, das ist einfach eine Menge Geld. Zumindest für mich. Ich glaube, ich buche mir jetzt erstmal ein Ticket nach Tansania und mache ein bisschen Corona-Urlaub. Ich könnte ja den lieben Bodo besuchen. Wäre das dann eigentlich eine Geschäftsreise? Also vielen, vielen lieben Dank. Das Polster, was ihr hier aufgebaut habt, ist für mich, der extrem niedrige Fixkosten hat, so hoch, dass ich mir über die nächsten Monate finanziell erstmal keine Sorgen machen muss. Und das ist halt schon ziemlich krass. Doch wer sind diese Menschen, die mich hier bezahlen? Ich kenne sie nicht, finde sie aber ziemlich nett. Ob da jetzt Merkel dabei ist, weiß ich nicht. Wenn ja, benutzt sie bei PayPal auf jeden Fall viele verschiedene Namen. Was konnte ich diese Woche vom Arbeitgeber Google ergattern? Die Werbeeinnahmen durch Videos sind leicht zurückgegangen. Dort kamen diese Woche 143 Euro dazu. Hier sieht man auch ganz schön, dass der Ausfall der Show vor zwei Wochen erst verzögert in die Werbeeinnahmen reinspielt. Apropos Ausfall. Ich habe viele nette Mails bekommen bezüglich meines Halswirbelsäulenschwindeltaubehände Lalalala-Syndroms, viele nützliche Tipps und aufbauende Worte. Auch dafür von Herzen vielen Dank. Immer wieder schön zu sehen, dass dieses Internet nicht nur für Hass und Hetze gut ist, sondern auch tatsächlich tolle Hilfe möglich ist. Aber bevor es jetzt zu sentimental wird, wir sind hier immer noch schließlich bei Börse und Finanzen, wie sieht es auf dem brutalen Kapitalmarkt aus? Ihr habt gesagt, welche Aktie ich kaufen soll, ich habe es getan und wir schauen uns an, wie sich mein Depot entwickelt. Die Woche verlief extrem gut. Mein Depotwert liegt jetzt bei plus 20 Euro. Letzte Woche waren es noch leicht negativ. Doch wer sind die größten Gewinner? Auch diese Woche ist es Roman Z. mit seiner Veolia-Aktie. Kritische Zuschauer hatten letzte Woche kommentiert, dass Veolia ein nicht ganz so grünes Unternehmen sei und da doch viel Greenwashing betrieben werde. Das heißt, mit schönen Bildern, Slogans und Marketing sie sich nachhaltiger geben, als sie eigentlich sind. Hier möchte ich nochmal erwähnen, ich führe nur ganz stupide eure Anweisungen aus. Wenn ihr also sagt, Sinan, kauf mal Heckler und Koch-Aktien, ich hoffe auf Krieg, dann mache ich das. Ich hoffe natürlich immer, dass ihr mir nur schöne Aufträge spendet. Auf Platz 10 reingerutscht ist die TUI-Aktie von Markus R. Auch Peter B. hatte mir zu einem späteren Zeitpunkt Geld für TUI-Aktien geschickt. Wir schauen uns den Aktienverlauf von TUI einmal an. Diesen Monat ist sie konstant gestiegen. Das gesamte letzte Jahr war wohl eher turbulent. Schauen wir uns aber die letzten 5 Jahre an. Da muss man sagen, da ging es eher bergab. Werden nach Corona alle Menschen ihre großen Reisen nachholen und die TUI-Aktie nach oben katapultieren? Wir werden es sehen. Und Markus, Peter und ich hoffen es natürlich. Die Grafik hier zeigt natürlich nur die absoluten Gewinne an. Das heißt, wer viel Geld gespendet und auf eine gute Aktie gesetzt hat, ist hier weit oben. Zur Einordnung, Roman Z. ist bereits mit 90 Euro in die Veolia-Aktie eingestiegen. Da schauen wir uns jetzt mal die prozentualen Gewinne an. Wer hat mir, unabhängig vom Geldbetrag an sich, die bisher performanteste Aktie empfohlen? Aber auch hier ist es die Veolia von Roman Z. Auf Platz 6 und 7 sehen wir im Übrigen zweimal die gleiche Aktie und zwar TeamViewer. Wie kommt das? Das liegt daran, dass Moritz und Daniel zu unterschiedlichen Zeiten mir den Kaufauftrag gegeben haben. Also haben sie unterschiedliche Startwerte. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand, was Börse und Finanzen angeht. Und jetzt viel Spaß mit dem Meme der Woche. Szenanswoche. Das Meme der Woche. Das ist das Meme der Woche. Zu sehen eine Fotomontage aus den Simpsons und Friedrich Merz. Im ersten Bild wirft Mo Friedrich Merz aus der Bar, da er nervt und den ganzen Laden sabotiert. Im zweiten Bild klopft Mo sich den Schmutz von den Händen und schaut verärgert, aber auch zufrieden hinter Merz her. Nun folgt der Twist im letzten Bild. Mo ist sich immer noch sicher, er habe das Problem Merz ein für alle Mal vor die Tür gesetzt. Doch wer steht schon wieder hinten am Tresen bereit zu nerven? Es ist Friedrich Merz. Warum ist das lustig? Diese Woche wurde bekannt, dass Friedrich Merz als Unterstützer für Armin Laschet ins Wahlkampfteam mit einsteigt. Der Friedrich Merz, der schon zweimal die Wahl zum Parteivorsitz der CDU verloren hat, der noch nie irgendwas Sinnvolles gerissen hat und eigentlich nur mit populistischen Aussagen aus den 70er Jahren auffällt. Egal wie oft die CDU versucht, sich dieses Problem vom Hals zu schaffen, Merz sitzt kurze Zeit später wieder am Tresen und stört. Aber hey, als Team Baerbock freue ich mich natürlich über diesen Move der CDU. Die Chancen für eine grüne Kanzlerin dürften daraufhin noch einmal gestiegen sein. Yeah, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das ist Zinans Womper, total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Das ist Zinans Womper, total cool zusammengefasst in einem YouTube-Video.